Du bist hier, weil große Radiopromotur ist am Start, du bist nur noch unterwegs, hast du erzählt, mit dem Auto von links nach rechts und zurück. Also die ganze Zeit, also wirklich mit dem Auto von links nach rechts, aber das Gute ist, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe mir so ein riesenfettes Kissen mitgenommen, so Management, Fahrt und ich sitze dann immerhin drin und so viel Zeit. Nee, wir haben dann schon so einen schönen Kombi und so. Aber du fährst nicht selbst? Ich selber noch nicht, ich bin gerade da, weil man Führerschein zu machen. Ehrlich? Ja, ja. Wieder oder jetzt? Nee, zum ersten Mal. Zum ersten Mal? Ja, ja, zum ersten Mal. Wie weit bist du schon? Ich habe jetzt, ich kann jetzt eigentlich schon, also rein theoretisch könnte ich jetzt schon die Prüfung anfangen, aber die sind jetzt alle im Urlaub und wenn die dann wieder zurück sind, dann fange ich meine Theorie an. Ja, aber nein, Alter. Ja, mach ich. Das muss sein, das muss sein, damit der Maserati gekauft hat. Ja, aber wir lassen sich mal 20 Mal abschleppen, die bei Notelli. Hast du schon ein Traumauto in Sicht oder wie du zu Hause? Ja, ich stehe ja so auf CL. Nice. Ich stehe auf, wie heißt der nochmal? CLS. Ja. Das ist ja mein, das ist ein bisschen so. Das sind meine Dinge. Ist ja nicht so mein, Alter. Ich sage ganz ehrlich, ich mag halt so einfach große Kissen. Das Ding ist, eigentlich mag ich Cousinen, aber dadurch, dass ihn jeder fährt, ist der halt schon wieder so ausgelutscht. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, so ein X6 ist schon nice. Okay. Dann habe ich gehört, Siggi holt sich ein X6. Dann habe ich gesagt, okay, der ist auch raus. Und jetzt bin ich noch auf der Suche, aber ich fahre mit dem X-Room A4. Ja, ich fahre mit dem 3ABW in Gold A3. Das ist natürlich auch ein sehr nice. Ey, Dings, im Fahrzeugbrief steht Pistaziengrün Metallic, ey. Okay. Ja, das ist aber Gold. Okay. Jetzt ist der Pistaziengrün Metallic, Digga. Ja, aber du hast ein Album am Start, Alter. Erster Single ist draußen. Hör mal kurz rein, ma. Hör mal kurz rein. Erstmal ganz kurz, damit jeder weiß, wie es klingt. Genau, Round Around. Erster Single aus dem Album. You got me with your first movements like you're shaking. Your body will turn around, round and round. You got me with your first movements like you're shaking. Your body will turn around and round. Your heart for me, you go for a second to slide. You got me with your first movements like you're shaking. Da ist schon ein bisschen klar, was der Pernal mit drin ist. Spanish light. Ich bin das nicht, es ist der Pernal, wenn du rot wie das willst. Aber was man dir, also man kann ja, weißt du, über dich sagen und glauben, was man will. Weißt du, so da gibt es A und B, da gibt es die Leute, die sagen, ich finde den Typen geil. Da gibt es Leute, die sagen, ich finde den Typen scheiße. Das ist immer so, weil es los ist die Welt, so funktioniert die Welt, das ist bei uns nicht anders. Aber eins muss man dir echt zugunhalten. Du bist ein Haste, Alter. Das ist so, weißt du, so, du machst dein Ding weiter. Du hast den Ziel vor Augen, du sagst, okay, dafür gebe ich alle Seite, ich gebe mir Mühe, ich arbeite daran und es kommt natürlich auch ein Endprodukt irgendwie zustande. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in dem Business, das darf man gar nicht vergessen, Alter, weißt du? Richtig, auf jeden Fall. Auch wenn du eine Single hast, die durch die Decke geht, du musst ja weiterarbeiten in der Geschichte, weißt du? Genau, du musst dich auch immer übertreffen, musikalisch auch, ich meine, wir haben eine richtig geile Single am Standardbringst und die Leute wirklich sagen, okay, das ist klar, die Single ist wirklich richtig geil und die finden das top, da musst du natürlich immer daran arbeiten, auch an dem musikalischen dann auch, dass du immer guckst, okay, alles klar, was kann ich noch mehr, was kann ich noch besser machen, wie wird es noch geiler, wie auch immer. Du musst immer gucken, dass du dich wirklich jedes Mal immer übertappst. Genau so ist das, ich denke mal, bei vielen Leuten, die irgendwie über Castingshows oder sowas berühmt geworden sind, sobald die von irgendjemand nicht mehr den hundertprozentigen Support kriegen, sind die tot, das Game Over. Und wir haben gesehen auch mit dir, mit der Tourorganisation und sowas bei dir, du machst das echt scheiß drauf, machst das halt alleine, was? Ja, das Ding ist auch so, weißt du, ich sag dir ganz ehrlich, also ich bin wirklich froh, dass ich damals aus dieser Castingshow den Titel gekriegt habe, Sieger der Herzen anstatt den Superstar-Titel, weil in mir steckt wirklich so viel Musikalität, dass ich nicht mehr von irgendeinem Typen sagen lassen muss, wie ich meine Lines zu singen habe oder welchen Song ich singen soll. So habe ich einfach musikalische Freiheit und ich fühle mich dabei super gut und wie gesagt, mir geht es auch super gut und ich bin jetzt zum ersten Mal wirklich richtig voll dabei und es macht so viel Spaß. Du siehst aus, als ich frisch aus dem Urlaub gerade erholt habe. Ganz ehrlich, ich habe vielleicht doch mit dem Mann, hast du das Video gedreht? Boah, das ist vor einem Monat oder so. Okay, dann ist ja doch noch der Real-Time da, dann ist das ja ein normaler Look. Mit der guten Faust. Ich sage, ich komme jetzt vielleicht blass hier zu sein. Weißt du, meine Miami-Sonne ist komplett weg. Wenn du mich hier so sehr hat, dann bin ich gleich kurz davor, Urlaub zu buchen. Die Sache ist ja, wenn man jetzt auch mal ganz ehrlich überlegt, wo ist denn jetzt gerade eigentlich auch Merzat Marasch? Der hat das Ding gewonnen, einer von vielen, die das im Teil gewonnen haben. Ja, der hat das Ding gewonnen. Ich habe die letzten Wochen nach Rebeöffnung gesehen. Ja, genau, das ist nein, aber das ist die Sache. So, weißt du, dass da irgendwie managementmäßig dann irgendwann, wenn man merkt, okay, das hat jetzt nicht mehr den Output, den man sich wünscht, bist du ganz schnell weg vom Fenster. Dann ist es ganz schnell durch die Luft. Dann machst du es richtig, Alter, Corona ist auf den Tisch und sagen, okay, mach ich die Scheiße selbst, Alter, weißt du? Ja. Wo hast du keinen Hinscans, kunst und steckst die Kohle auch noch selbst ein. Ja, auf jeden Fall. 2000 Leute oder wie viele Leute haben wir in die Hand gepasst in Köln? In Köln haben leider nur 1300 Leute reingepasst. Aber ausverkauft. Ausverkauft und die Leute waren halt draußen noch und die wollten halt alle noch rein, rein, aber es ging irgendwie nicht mehr. Krass. Also, das war wirklich, für mich war es einfach ein riesengraßes Gefühl, einfach wirklich, weil, wie gesagt, weil ich auch wirklich so lange weg war, dann kam ich halt raus, kam ich halt aus dem Knast halt raus, weißt du? Und dann habe ich halt wirklich, haben wir halt wirklich aufgehofft, okay, das kann mit dem Konzert fällt, ist es top oder ist es flop? Weißt du, was ich meine? Und ich habe wirklich, in der Zeit, als wir dieses Konzert organisiert haben, war ich ja auch noch mittendrin im Studio, also in der Arbeit von dem Album. Und das Album musste ja dann fertig sein, praktisch dafür, dass das Konzert dann gespielt werden kann. Und wie gesagt, und dann auf die Bühne gekommen mit eigenen Songs und dann die Leute, man hat wirklich gesehen, dass die Leute die Songs wirklich was gegeben hat, man hat gesehen, dass die Musik die Leute wirklich erreicht hat. Und als ich dann da oben war, so für mich einfach riesig, Alter, als dann... Hey, ich habe die Videos ja gesehen, also ich habe mir das so angeguckt und muss ja sagen, das war ich ja ganz gerne, er hatte ja immer so ein Michael-Swag, weißt du? Er hatte immer so das Verschirke, so mit Nieden drauf und Bum und so, ich war wirklich Trast-Up, Alter, weißt du, ohne Ende. Und erinnert immer ein bisschen an Michael-Jackson, wir haben letztens gerade über Michael-Jackson Quatsch, ist ja dritter Todestag gewesen. Ja, ja, vorgestern, 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 genau, 25, ist dann. Ey, dritter Todestag, ist schon wieder so lange her, Alter, drei Jahre, Alter. Wo warst du, als du die Nachricht bekommst? Im Knast. Ehrlich? Ja, ja. Wie war es für dich? Für mich war es richtig schlimm, Mann, ich bin früh aufgestanden, musste zu arbeiten, habe dann im Radio gehört, dass Michael-Jackson tot ist, also, the man, einfach. Ey, das ist unglaublich, Alter, wir haben heute schon noch auf The Day-Voting gemacht, Man in the Mirror war der Song, der da gewonnen hat, Alter. Ja, weißt du, aber das sind natürlich Sachen, die man sich wünscht, gerade als Musiker, Alter, weißt du, irgendwo auch nur ansatzweise, die man nur so packen wie Michael, weißt du, aber ansatzweise, so einen Einfluss zu haben, irgendwo mit der Musik. Und du sagst, dein Album ist sehr vielseitig, wir haben es leider noch nicht gehört, aber wir haben es da, wir werden gleich mal reinhören hinter den Kulissen. Genau. Wir machen jetzt ganz kurz ein bisschen Mucke, sind gleich wieder zurück, mit mir und bin fröhlich, Crazy Power Hour, und dann noch ein bisschen DIN-SIDE. So, da sind wir wieder, 3.96 GMFM Crazy Power Hour, John O. Rashid featuring heute Menobin. ... Jetzt noch ein Sommer, Sendin' Me a Smile... Ey, weißt du, was-geist du, ich hab' gerade hier gelesen, Alter, er hat auch eine Spanische gemacht? Ja, ich habe es auch in Spanisch gemacht. Echt? Hast du es selbst übersetzt? Also, nee, da habe ich einen Freund mit ins Punkt geholt, einen Spanier, Gustavo. Und ich sagte ganz ehrlich, ich habe das in zwei Tagen eingesungen gehabt. Und ich habe so ein akzentfrei Spanisch gesungen, dass der zu mir gesagt hat, sodass ich richtig mit Eier gesungen habe. Und dann fragte er mich, warum, ob ich Spanisch spreche. Und ich habe gesagt, nein, weil ich bin ja Sinti und Bon spricht man auch viel mit C, A und R und R. Ah, das ging richtig rein. Das ist richtig geil geworden. Wir haben dann auch diese Spanish-Line-Gitarre, wo du jetzt da hörst, haben wir rausgenommen und haben dann wirklich nochmal den Spaniern wirklich spanische Rhythmen rein spielen lassen. Das ist richtig geil. Das ist ja eigentlich immer die Kunstform. Die Boys and Men haben es ja auch immer ganz gerne mal gemacht. Also Songs dann noch auf Spanisch aufgenommen. Aber das ist natürlich extrem schwer, gerade bei dem Englischen. Hörst du es ja eigentlich bei einem englischen Muttersprach, da hörst du es immer, dass er eigentlich kein Spanisch spricht. Aber wenn man es da noch authentisch rüberkriegt, so, weißt du, ohne dass es jetzt klingt wie... Äh, gut, der hat da jetzt versucht, die ganze Nummer besser, aber wissen wir alle, das ist jetzt nicht so... Nein, das ist geil, das ist geil. Ja, aber bei mir ist ja auch so. Ich habe ja auch so eine spanische Aussprache, eine spanische Aussprache, die er sich sehen lassen kann. Laura hier bei uns spricht Spanisch. Okay. Ich wollte Sie gerne mal den Text übersetzen lassen. Okay. Hätte ich noch ein bisschen Bock... Oh, das ist mein Telefon. Sorry, ich war's. Ich wollte es ganz gut sagen. Erzähl mal, White Chocolate heißt das Album? Ja, White Chocolate. Verrückter Diesel, ey. Ja, also wir haben uns einfach immer überlegt, so, okay, wie soll dieses Album heißen? Das Album war fertig, wir mussten uns überlegen, wie soll das Album heißen. Dann saßen wir dort und haben uns überlegt, okay, wie heißt das Album? 100% Melodin, nee, scheiße, ja, ist einfach scheiße und dann sollte es einfach so sein, wie es kommt. Wir sind dann, ich hatte so ein Geheimgig und da war dann auch andere Musiker noch gewesen und das war ein Schwarzer. Wir haben da Soulmusik und so gemacht und der hat mich singen gehört und kam zu mir und hat mir die Hand geben und gesagt, you are the real White Chocolate. Okay, okay. Dann habe ich mein Management angeguckt, White Chocolate. Okay, dann White Chocolate. White Chocolate. Irgendwann muss man auch aufhören zu reden. Also die Fans, die Fans haben mir gedacht, so White Chocolate deswegen, weil ich so gern Raffaelo esse, aber das ist leider nicht. Das mag ich auch, Alter. Ey, Raffaelo, kennst du den Laden hier in Berlin, Wonder Pods heißt er? Nee. Okay, pass auf, Wonder Pods, ich muss ganz kurz ein paar Minuten. Ey, hey, Wonder Pods ist so shit, ey. Der Laden, der Laden ist, wir waren mit Motrip da gewesen. Wir haben uns, das ist so Frozen Joghurt. Okay. Und dann gibt es aber verschiedene Soßen, die du aufhauen kannst, unter anderem Raffaelo-Soße. Ehrlich, ey. Keine große Scheiße, Alter. Mit Stückchen noch drin. Raffaelo-Soße. Dazu kannst du Himbeeren drauf machen, Alter. Kannst du alles drauf machen. Kinder Bueno-Soße. Kinder Bueno-Soße. Ehrlich, ohne Mist. Komm ich dahinter. Ohne Mist, wirklich. Das ist die Salaten, Alter. Ich weiß nicht, was man... Kinder Bueno, die haben Kinder Schokolade. Die haben... Ey, was haben wir noch, Alter? Brownies, Alter. Brownies, wirklich, echt. Also, ich muss ja sagen, ich habe so Frozen Joghurt, habe ich noch nie gegessen. Ey, musst du wirklich mal probieren. Ich muss es mal probieren. Aber wir haben auch... Keiner hat es geschafft, Alter. Keiner von uns hat es geschafft. Das war so ein ganz normaler Becher. Aber keiner hat es geschafft, Alter. Weil wir alle gesagt haben, aber wir konnten nicht aufhören. Ey, 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 ey. So, das ist so geil, Alter. Total am Ende. So Motivation, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber jetzt sind wir mit dem Partner, weißt du? Ey, 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 ey. Die sind ja gerade Wunderpods, Alter. Ganz ehrlich, wenn du Raffaello Junkie bist, dann auf jeden Fall da hin, Alter. Muss man sich mal geben, die ganze Nummer. White Chocolate. Ja, wir haben ja ein bisschen überlegt, Alter. Was mit White Chocolate los ist? Ist der jetzt selbst auf den Namen gekommen? Weil dann ist es immer ein bisschen komisch, so weißt du? Wenn er... Na, ich bin schon White Chocolate. Aber wenn dir jemand den Namen gibt, das ist nice, Alter. Ja, das ist so geil. Das war wieder schön. Ja, aber ey. Ganz ehrlich, wir wissen ja spätestens seit den ganzen Auftritten auch so, dass... Du hast auf jeden Fall diesen Soul-Background auch, weißt du? Also so ein Stevie oder sowas oder auch Michael. Ja, ja, ja. Sind die eigentlich fremd? Nein, also ich bin mit der Musik groß geworden. Also ich bin wirklich mit dem Song groß geworden. Also andere Kinder haben früher, so in meinem Alter damals, wenn ich, weiß nicht, 6, 7, 8, was hörst du da als Kind? Warum kaufst du denn Brau-Hits oder was weiß ich was? Ja, ja, ja. Brau-Hits oder wie die Hinsicht auch immer. Ne, mein Männern hat immer so Fleissi-Berry-White-Platten gehört und Delegation, SOS-Band und sowas. Ja, Mann. Aber das sind schon die Insider. Das sind schon die Insider. Weißt du, ich weiß nicht, dass ich den Papa ist hier rausgekommen. Aber wir sind ja aus der gleichen Richtung sowas. Also ich noch ein bisschen mehr als er, weil er so ein bisschen der Hip-Hop-Fenatic noch. Okay. Ist da noch groß geworden. Aber bei mir ist es ja genauso, Alter. So, weißt du, also ich bin ja auch so, ähm, all the Marvelettes, weißt du, so eine Geschichte. Die ganzen alten Motoren-Plattex, Alter, die die rausgebracht haben. Der Sound warst für mich. Ja, warst für mich, Alter. Der hat mich sofort gediebt. Und das ist genau das, was ich so einfach schade finde. So der ganze Sound von früher, so weißt du, wenn du so zurückblickst, so weißt du, so die Stylistik und so. Die haben immer so schöne melodische Sachen und sogar. Und der Sound ist einfach komplett untergegangen. Also man hat da dann auch nicht mehr irgendwie was gefeatured oder so. Der Sound ist komplett weg. Das Ding ist ja auch, dass es in Berlin oder in Deutschland, also in Deutschland generell, auch nie so wirklich angekommen. Also es gab ja nie wirklich guten deutschen R&B, weißt du, zum Beispiel so. Das, 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 das gab es einfach nicht. Also du hast ganz wenig Künstler, die sich überhaupt da ran getraut haben, gesagt haben, okay, ich mach mal irgendwie. Dann hattest du zum Beispiel einen J-Love, der dann leider auch wieder weg war, so weißt du, ein gutes Album gemacht hat, wo die Leute gesagt haben, this shit, Alter. Weißt du, und seitdem hat sich keiner mehr so wirklich ran getraut, so weißt du, deswegen finde ich es gut, Alter. Hut ab dafür, dass du auf jeden Fall dich nochmal in dein Metier begeben hast, so in unser Metier begeben hast und ein Album zusammengestellt hast, White Chocolate, im Album schon zu, äh, im Album schon zu kaufen, im Laden schon zu kaufen. Nein, ab Freitag, jetzt, am 29.06. es kommt White Chocolate auf den Markt und morgen, also am 28.06. gibt es die White Chocolate Album Release Party in Köln, ähm, im Crystal Club und wer sich keine Karten sichern konnte, der kann sich da bei der Abendkasse noch ein paar Karten holen, wer Bock hat, wer Bock hat, wer Bock hat. Das wird auf jeden Fall geil sein, also, Moment, DJ Osan wird da sein, er wird für Galiloo Jacks Swingbeats, 90er R&B Beatsorgen und Manovi wird dort auftreten, heiße Schnitten werden da sein. Sag sie, 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 sag sie. Halt doch nicht hinter dem Mund mit den Geschichten, ey, aber es wird auf jeden Fall geil werden. Ey, zeig dir mal, zeig dir mal ein bisschen Stuff, den wir hier so pumpen nebenbei, wenn wir mal, wenn wir mal den Moment haben, die Zeit haben und das Gefühl haben. Okay. Wer willst denn hören, Alter? Wer ich? Zeig dir nicht. Ich sag gerade, zeig dir mal den Stuff, den... Ja, wie feiern sie euch für sowas hier, Alter? Na klar. Hey, lady! Hey, hey, lady! Ja? Ja, da hab ich ja gewonnen hier, Alter. Verstehen sie, was ich meine, Alter? Ich meine, wenn du den im Auto pumpst, wie soll es dir da schlecht gehen? Weißt du, was schlägt gar nicht, Alter? Geht auch nicht. Hey, lady! Ich denke mal, ich denke mal. Ja, 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 ja. Geht doch mal, genau. Geht doch mal! Geht doch mal! Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Thank you, I... Oh, that's crazy. Now we're at home. Ladies and gentlemen, that's the Crazy Color. We must have hearts be careful. And we'll be here in the studio. You are you. Oh, yeah. What about you, Roshi? You are you. Yes, but you are. It's good. It's good. Next thing, please. Now if we can't take it, please. I'm out of here in the studio. I know. I love you. I share the effort. If I'm in the summer day. I can't hear you, I can't hear you, I can't hear you. I can't hear you, I can't hear you. I can hear you, I can hear you, I can hear you. I can hear you, I can hear you, I can hear you. I can hear you, I can hear you. I can hear you, I can hear you. Thank you. Vielen Dank.